So ziemlich alles, was heute unterwegs ist, sendet ununterbrochen Daten. Es senden der Truck, der Trailer oder sogar einzelne Fahrzeugkomponenten wie der Reifen, die Achse, die Kühlmaschine oder der Türverschluss. Inzwischen sind diese Daten selbst zu wichtigen Gütern geworden. Ohne Telematik, keine Logistik. Es geht also heutzutage darum, diese Daten sinnvoll und individuell zu nutzen. Die aktuelle Situation. Am Markt sind unzählige Hersteller und alle bieten sie eigene Telematiksysteme an. Meist braucht man für jedes ein eigenes Portal. Das Handling von Telematikdaten wird zum Chaos. Verschiedene Logins und verschiedene Plattformen machen es unmöglich, effizient und sinnvoll zu arbeiten. Völlig unabhängig von Herstellern sammelt, bündelt und standardisiert hier die neutrale NIC-Base-Datenbank die Daten aus den unterschiedlichen Telematiksystemen. Das Datenchaos wird organisiert. Jetzt können sämtliche Daten in einer einzigen Anwendung dargestellt werden. Dem Dashboard von NIC-Place. Und der Clou? NIC-Place kommuniziert auch mit allen relevanten Systemen in Ihrem Unternehmen wie TMS, ERP oder anderen Third-Party-Systemen und lässt sich ganz einfach in Ihre bestehende IT-Infrastruktur einbinden. Die aktuelle Flottensituation auf einen Blick? Das Dashboard von NIC-Place macht's möglich. Touren-Nachverfolgung? Spielend einfach und effektiv mit NIC-Place. Gerade bei temperatursensiblen Transporten, wo lückenlose Dokumentation über den kompletten Transportweg entscheidend und teilweise auch gesetzlich vorgeschrieben ist, bietet Ihnen NIC-Place Sicherheit. Reibungslose Transporte – ein Traum? Nicht, wenn Ihnen das Eskalationsmanagement von NIC-Place hilft. Damit lassen sich Touren auf Grundlage hinterlegter Kriterien überwachen. Bewegt sich die Temperatur im Kühlauflieger außerhalb definierter Parameter? Alarm. Wird die Tür vor Ankunft am Ziel geöffnet? Alarm. Treten Staus und Zeitverzögerungen auf? Alarm. So können Sie jederzeit eingreifen, bevor es zu spät ist. Ankauf, Verkauf, Leasing, externe Dienstleister – die übliche Flottenfluktuation managen Sie mit NIC-Place einfach per Klick. Fügen Sie ganz leicht weitere Einheiten hinzu. Rund 100 bestehende Schnittstellen zu den führenden Telematik-Providern erleichtern und verkürzen das Aufschalten bzw. Bearbeiten von Einheiten. Und fehlt mal eine Schnittstelle, wird sie eben umgesetzt. Das NIC-Place Dashboard können Sie sich individuell zusammenstellen. Eigene Workspaces untergliedern gesamte Arbeitsbereiche. Innerhalb dieser Workspaces können Sie die NIC-Lads mittels Track & Drop verschieben sowie in der Größe und Positionierung anpassen. Sortiert nach Themengebieten finden Sie in NIC-Place verschiedene NIC-Lads zu Telematik-Grundfunktionen, aber auch weit darüber hinaus. Das Angebot an NIC-Lads, die Sie im Shop-Bereich finden, deckt Bedürfnisse entlang der gesamten Supply Chain wie auch von logistikverwandten Bereichen ab. Und das Angebot wächst quasi täglich. Sobald Sie ein NIC-Lad in Ihr Dashboard eingefügt haben, kann es für sämtliche Einheiten genutzt werden, die bei NIC-Place aktuell in der Fahrzeugliste aufgeschaltet sind. Natürlich können Sie auch ganz individuell einzelne NIC-Lad-Funktionen für jeweilige Fahrzeuge freischalten oder auch beschränken. Kurz zusammengefasst sprechen viele Argumente für NIC-Place. Zum Beispiel NIC-Place ist webbasiert und daher unabhängig von Ort und Zeit abrufbar. NIC-Place ist Hersteller- und Hardwareunabhängig und die NIC GmbH ein neutrales Unternehmen. Die konfigurierbare Oberfläche des Dashboards ist flexibel und benutzerdefiniert. NIC-Lads erwirbt man online. Man bucht sie nur bei Bedarf und zahlt nach dem Pay-by-Use-Prinzip. Echt unabhängig. Echt sinnvoll. Der perfekte Ort, um Ihr gesamtes Telematikpotenzial zu nutzen. NIC-Place. Your digital place to be for logistics.